hallo und willkommen zurück zu xcom 2 mit cover infiltration in drei tagen ist was fertig aber jetzt vergeltungsschlag verdammt psionik sturm legendärer torwichter legendärer basterker das ist relativ egal ein legendärer torwichter ich glaube das geht doch noch ein bisschen länger wie gedacht und sie kann nur so schön dass so was kommen kann die werte in diesem gebiet kommande ich vermute dass dort diverse psionisch begabte aliens ein jahre ja ok um ich fürchte in jünger vier musik kommen mit vor Ort mit beschleppen mit sie noch so mehr das so eine kombination die man machen könnte stimmt oder oder so mathematik mit bekannten eva schon wenn ihr das geht oder aber der martin fast nicht schon ist topfit raffi stimmt auch muss er dann topfit so kennt man wir brauchen ne kanal jama mir brauche ranger ja hier ist topfit das ist so eine sache ja so akimbo wäre eventuell auch nicht schlecht und nina das kann man auch mal das kann man auch mal aber die pfeilmann dort fast nicht schon mal was noch ein bisschen kommt mir haut dann halt inneren und sie nur oder bist du hier sie nur irgendwo da hat mit dem maustruf okay dann fangen wir mal an eddie bekommt immer kennen da mittlerweile wie ich meine scharfschütze ausruste dann raffi kommt das hier das ist nicht gerade das ist nicht so gut das ist quasi müssen euch vorstellen wie die attacke vom markt und die feuer federn bewählte bereich aus und next kommt dann explosion oder hat natürlich der hage die feinde könnte sich noch bewählte mir kugelbock und stu imitationsgerät mit nammer sie noch maximal aggro eingeschossen ist richtig geil für ein ranger und panzer brechend kommt die west aufruf naja hätte eine stecher mag ich mittlerweile trinkert auf die bonus aktion das kommt richtig gut allerdings mit so okay ich glaube ich glaube so können wir so und das immer allerdings ist was dazwischen kommen gekommen eigentlich sogar zwei dinge zum ersten das ist dasselbe team also das spiel ist abgestützt bei nade einfach das desktop war nicht so ideal aber das ist das selbe team immer noch vergeltungsschlag sionische feinde aber aber um ist dafür fährt sich hier hin aber um es ist kein legendärer teufig sei dabei dafür gehe ich davon aus dass wir ein legendärer sektor bot bekommen und und dann habe ich natürlich schon die hilfe von der mission gespielt und habe dann festgestellt du hast keine luft genommen das ist dann natürlich eher super optimal also machen wir das jetzt einfach nochmal ja da der macht es ungefähr dasselbe was er vorher auch gemacht hat ja hier so konex der wird gespielt ja er hat bei uns ja da hat er teleportiert genau ich weiß wo du bist also abdaktoren genau es war ein bisschen blöd gelaufen ja ich bin ja es ist auch zu nehmen und okay um muss sie nur ja da kommen wir nämlich jetzt so kurz Kurs und zu unser Berliner es gibt kein Verstecken Rüst für Feuer auch alles gemacht in die ich könnte jetzt hier hingehen ich bin hierhin habe ich auch vorher gemacht das ist okay also ja ich mache jetzt auch andere züge natürlich was soll ich das alles so feuer so gemacht haben wir gucken denn schuss heute mal abgemacht wieder zu irgendwie habe ich ganz ganz starkes déjà vu momentan nach daher kann der kodex ja okay auch gut das ist auch exakt dass was passiert ist der ist woanders dahin der hat mich total abgenervt er ist nämlich hier auch auf stelle portierten aber ganz die kuppel anglied den krit gab es auch nicht wer schon nur aus dem ding rausgang muss dasselbe kühl stehler wie es bis auf feuer war so kommen die du musst nur den kodex so 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 aber es ist okay so 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 viel definitiv so nach der Hinde ist er ok krima dann noch irgendwie nee krima net naja nee krima net ist auch net schlimm hoff ich doch ja theoretisch doch tarnschuss wunderbar wunderbar das widerstandsteam ist in sicherheit es hilft nun den anderen überlebenden eine große gruppe zivilisten sitzt in der nähe ihrer position ab jetzt weiß ich nichts mehr weiter ist mir dann aufgefallen du hast gar nicht aufgenommen wir müssen schnell handeln bevor die aliens diese menschen abklagten sie rennt doch raus aus dem ding das ist gut jungen wir müssen jetzt einfach nur das ding ja gar nicht hoch sind auch so drauf ist noch dran okay dann gehe ich schon schritt weiter nach vorne das auch gut zu wissen die mechanik ok war das legendäre nicht mehr und kann man nicht reagiert ja sonst schießt keiner gut ob es ganz mutig was soll schon tief gehen so im dämpfer nichts das ist gut er die jemals geht hier hin raffi nun so nur vorne hübs die kompakt hallo auch für sie irgendwie doch doch nicht die schilden ich sage mir müssen sie erst mal ein bisschen Strecke machen damit wir dahin kommen wo es spannend ist weil der Arcon war ganz drinnen und von anderen Feinde wissen wir noch nix weil soweit ist das scheinbar nicht, oder? irgendein ding mit zwei Rüstungen ja schöner crit gut was richtung die man dann so, Bob, geh einfach mal hier hin oh, interessant, so Hammer, Fernsehen, irgendwas relevantes, ja genau, schade, dass die beim Auto stehen, das ist so schade Eddie, oh, ach, das sind Boas, oh, das ist gar nicht gut könnte man, ah, das wäre so geil, wenn man da, äh, was machen könnte, das ist auch zu weit ich müsste die Trinkere soll ich? ja, ich finde, was müssen wir hier machen wenn ich sie mit dem Eddie anschieße, gehen sie eh aus meiner Rage-Anzug-Panik, yay jetzt stehen sie an Autos, aber halt eine falsche ja, eventuell so wie könnte man dann wir können es aber auch versuchen einfach so platz zu machen Sina Sina kommen wir näher Eddie und Berserker ah, ne, stopp, Eddie ist das, das war nicht Eddie da ich würde sagen, mit dem Eddie ach, ich weiß nicht, wo wir mal drauf gehen sollen müssen wir mal noch gucken na, Raffi könnte eigentlich auch das hier machen, aber so Granat, kommen wir in Granate dabei wie ist das, soll man so auch nicht nutzen also muhahaha ähm Sina zack drei mieter durch die klo so ok das kommt stumm nicht so viel fürchte ich wir könnten allerdings ein soll man das wieso eigentlich nicht auch schade ich habe gedacht mir sind du hündete ich habe gedacht mir das nicht naja k nur ein ganz seltener fehlschuss die vor 3 so nicht mehr laden ok ist das in der nähe Ich muss mal langsam Gedanken machen, wenn ich mal auf die letzte Mission mitnehme. Eigentlich wollte ich hier Carsten und Jasmin, aber hier der Lee, der macht, der stellt Ansprüche. Das Schredder ist eine verdammt gute Fähigkeit, Fire Ranger. Da muss ich mir echt überlegen, wenn du mal mitnehme. Wenn ich ihn mitnehme, dann muss ich Sina mitnehme. Das ist alles schlecht, also auf keinen Fall. Das haut gut drin. Die Araji dabei sein ist auch immer gut. Das wird schwer. Naja, jetzt machen wir es erstmal die Mission und dann sind wir weiter. Ach du hinde, die Panik. Panik. Ach, bestimmten Schlangeanzug. Ja, das kannst du nicht ganz vergessen. Ey, Killsteeler. Was soll das? Das ist unglaublich. Ich mache mich auf den Weg. Du kannst nicht weglaufen. Oh, wow, 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 wow. Okay. Interessant. Ähm, Eddie. Ich weiß. So. Mh. Ne, kommen wir leider nicht hin. oh ja komodo das wäre relativ nah ist oder wieso eigentlich nicht wir an die granate überraschung und arme brauche keine angst keine ahnung wo wir hingehen am besten hierhin eva komodo mit dem leeren spalten roja wunderbar in panik ok bankenkontrolle widerstanden aber die sind alle zerborsten das ist gut hallo nein die wasserstufe komische stimmen das passt schon eher hat denn doch kann man den frank hier stimmt weg damit ist immer noch in panik so was machst du hallo wo gehst du hin also mehr noch den akon und drei andere wieso hat der wieder volle energie heilt der what the freak ich könnte eventuell keine ahnung wo ich dahin könnte ich glaube ich muss auf dem weg ich sehe das nackte auge okay die will ich jetzt nicht unbedingt dorthin hinlosen das problem ist ich könnte hier hingehen eventuell hier kann man runter gucke ich mache mir schleicher mal glück ne dachte ich könnte mal durch gut 8 schade und erlebt noch wow das killstehler das gibt so nicht die kille die helfen die aliens ohne mich ja komm und heute die akon war kür die heile immer so ganz bewusst ich geb euch so was soll die overwatch entfernt haben das ist gut ja prima ist gut schön wie konnte du vorbeischießen bei dem kühlschrank und deshalb wird hallo so wie stark wollen wir akrogen ist die frage wir können nämlich nicht wieso können wir uns ja schon um den hier kümmerer hallo geht nur weg die sprache keiner mehr so dann ähm warte mal ich könnte was probiere naja wunderbar das passt für die milanse ich stehe zu ihrem diensten so du mein führer versuchte heile so und im senior gebührt der abschluss was sie kommt doch gar nicht hin sie nach maximal aggro ach ich liebe overkill verbliebenen zivilisten gerettet und es sind keine feinde mehr in sicht gute arbeit da draußen raffi hat nichts ist es nahe genug nein naja nicht schlecht hinterhältig ja die falke so er hier und eva sind müde aber das ist eigentlich kein problem der arbeit commander ihre bemühungen stärken die widerstandsbewegung kameradschafts haben wir aber hier in drei tage ist das ding fertig hoffentlich können wir es beim nächsten morgen artikel losse und genau sag ich mal bis zum nächsten morgen bye bye bis zum nächsten